hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu block and load wir sind in den teams ich habe voll die grafik anzeigen fehler da irgendwie auf der map wilson bay mit dabei jetzt wird richtig angezeigt ganz oben der jack fly schau mal da drunter der coc gaming alias kokain hallo und der band und haru kennen wir nicht hallo hallo der macht jetzt der macht ja der macht eine investigative recherche über block und load killer gewalt potenzial ist ja jetzt spielen ja seit wann ist das eigentlich sieht das eigentlich so das sieht auch schon immer so aus das ist ein anderes skin die haben die neue er hat gekauft er hat das spiel kauft wir haben ja nicht das geld dafür nein ich sehe gerade dass haru auch an india genommen hat okay sag mal warum sieht denn deinen ja auch so aus ja weil ich einen anderen skin genommen habe ich bin level fünf aber ich bin halt einfach op und ich habe irgendwie das gefühl du bist ein schulwinner da richtig da ein vorteil richtig da ein vorteil können wir jetzt hier mal loslegen man spielen haru haru lädt noch haru hat glaube ich irgendwie schlechtes auf dem handy spielt die android version von block und load machen wir nicht erst mal kurz sind jetzt eigentlich für fünf jahre brechen wir noch mal ab 76 86 86 habe die mögen gerade auch gehört da sind wir ja geil direkt plus 2000 briggs die kenn ich gar nicht die weihnachtsmaps gibt es doch jetzt hier ach so herzlichen glückwunsch zum weihnachten ist das hier der unser kern cock gaming ach was ist denn jack ich habe dich nur gesehen deswegen dachte ich mir schön sagst du mal guten tag wo geht es jetzt also abbauen steine abbauen du hast deine primärwaffe mit e mit dem abbauen kriegst du punkte die sind links und über deinem profil bild zu sehen die zählen dann hoch wo ist denn ich muss mich erstmal orientieren hier bei mir ist der kerne es gibt drei kerne auf dieser map okay ja jetzt hin zu den gegnern wo geht es zur front ja das ist das fahrgängig krein hier muss ich sagen was bitte fix alles gut er könnte man mir helfen vielleicht da was er beim eingraben des kerns wo bist du denn naja für karte ist die ganz oben da hinten bist du wo sind wo sehen ich komme okay ich habe noch sandsäcke dazu weil man ich werde mal meinen radar hinten positionieren werde ich immer die gleiche taktik tic hier verfolgen ist ja nicht ob die hut ist oder nicht ob wahrscheinlich eher nicht bestimmt wir kennen das spiel doch gar nicht haben wir in den kommentaren bei mir mit minja kennst das spiel ja gar nicht du spielst ja völlig falsch das kommt doch bei dir bei jedem spiel du rennst nur sinnlos rum ja ach nö was hab ich denn jetzt leck mich doch am arsch hier das ist kacke nee das ist gut das ist doch ja sehr gut danke hat weg ach beim nächsten mal wissen wir hier war mal einer der hat alles ausgegraben quasi so dass man nicht mehr herangekamen an diesem ding drumherum alles ausgegraben ist ja nicht halt mit euch ich kann mich nicht erinnern wir spielen noch nicht zusammen soll ich hier so überhängen bauen damit sie nicht hoch springen können vielleicht was für überhänge damit sie auf die fallen rauf müssen ähm ich verstehe nicht wie du meinst das problem ist ich kenne die map nicht keine ahnung wie wir uns hier am besten anbauen ja ich auch nicht ich weiß es auch nicht also wir brauchen auf jeden fall wir brauchen auf jeden fall jumppads ja hab ich dabei aber wohin geil ach so und spawnpunkte UT-D-Cocaine UT-D auch nicht meine Idee aber gern geschön Jack ich setz hier ihn hin hab ich gerne gemacht so ein paar von den Mortars setzen du den Mortars ja das ist meine special ability ja ja ey 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 vorsicht wohin vorsicht lächer mal vorsicht ja ne das war ich nicht war hier der andere aua 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 hab ich dich gehauen aua ja geschehen hat jemand von euch äh hat keiner ne hat er nicht ne ne hat er nicht und so und Munitionskisten nö wir haben ja keinen Ingenieur dabei aber das sieht aus wie Minecraft jetzt grad hier das ist Minecraft ach das ist gar nicht Minecraft das sagt mir keiner boah boah wieso mach ich denn das weg das bringt mir die Arsch hier eine Minute noch ach so vielleicht noch ein Radar hier einbauen wäre keine schlechte Idee ich hab keine Ahnung wie wir uns hier am besten was ist denn das das Fass hier was ich hab als Sniper das Fass sieben Fässer Wein bitte sieben Fässer Wein ah ok ihr müsst wissen Minius ist alkoholisiert zu dem aus äh zu der Aufnahme ja aber ich hab nicht drüber gestredet weil weißt du das Fleisch haben wir mit seinem ganzen Koks soll ja auch keiner wissen waa haha bitte Moment sei nicht dein Ernst das sollte man nicht drüber reden das ist doch nicht dein Ernst jetzt ich setz mal hier auch noch Radar Radar Geräte hin ja Building is awesome und zwar zwei an der Zahl schön versteckt eine Minute eine Minute wir hätten tatsächlich uns irgendwie überlegen sollen dass jemand den Ingenieur nimmt dass wir zumindest Munitions und Heilkisten haben weil diesen seit wann spielen wir mit Plan bitte wenn ich dabei bin hab ich das nicht erlebt stimmt mit Fischkopf als wir ohne dich gespielt haben stimmt also mit Fischkopf war echt Plan ey war krass wenn es nicht gefallen hat dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein der Minus ist raus da hatten wir quasi in der Bauphase hatten wir schon den Sieg in der Tasche ja ja mit der Fischkopf schon ähm wenn es jetzt losgeht Mr. Bob dann musst du mit Q auf die deine Waffen schalten wie das hier zum Beispiel also du hast zwei verschiedene Waffen ne ja hab ich äh Minja jetzt geh Spaß mit deiner Munition und wir hängen keine Munitionskisten ja wir müssen dann einfach sterben das ist F ein Spezialangriff korrekt ja das ist eine Special Ability ich weiß ja nicht was du da kannst ok ich würde sagen wir probieren es aber mein Gott wenn wir verlieren ist halt so so wow 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 direkt hier Sniper Schüsse wo ist er? da oben oh mein Gott oh mein Gott wird hier schon los hier? ich bin schon tot ich bin schon tot aber der andere hat doch nicht mehr die wer schießt denn da von hinten auf mich? alter oh Mist OMG oh mein Gott ach ich hab die ach Bob wenn du stürmst bevor du wieder äh kommst musst du noch den richtigen Spawnpunkt anwählen oh das war ein Kale weil sonst äh spawnst du halt ganz hinten und das wäre du du dumm du du dumm hm ich hab nur noch einen wie ein Spawnpunkt oh ich schwimm rüber im Wasser macht er übrigens die gleichen Geräusche wie über dem Land Auch Auch Medium Injury ah warte mal ah Mist habe vielleicht eine Idee von ich habe vielleicht äh vielleicht hab ich da eine Idee siehst so cool aus Wolverine vorbei unser Cube ist attack haut mal rein Jons ich hab dir das Lungen retten Jack das ist echt nett greife an und zwar mit harten Schritten nee das ist ja unser Cube was macht ihr? Jungs ihr müsst verteidigen nein nein wir haben unseren ersten Cube ja scheiße komm wir haben auch den yo wir haben einen Cube haben wir gut ja push on und assault den nächsten check check lass uns direkt den nächsten machen oh hinter dir ja ich kann immer nicht so schnell wählen haben oh ah scheiße der andere hat mich ach Mist ich hätte den Spawnpunkt setzen müssen schwierig ok hab noch einen oh killer krass alter ich bin hier oh ich bin brutal unterwegs ich bin brutal du bist okay alter ich bin nicht okay ich bin nicht okay ich hab auch cheats 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 ah ich hab schon wieder einen Spawn what die haben schon unseren zweiten Cube zerstört ich bin meinen dritten Cube ok ok wir müssen jetzt den Angriff übergehen ok wir müssen warte 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 wie komm ich denn jetzt hier am besten dahin oder lass mich ich hinterfragen endlich oh ine ganz schön go for it Mr. Cocaine Jungs we do have problems here Soll ich mir mal helfen? wo sei dich Bob? ich bin beim Tor I have essence Ich kümmer mich drum ich kümmere mich drum ja auch rein Der sitzt jetzt, wir sitzen alle Bäder dahinter und bananen. Warte, ich fräse. Wir müssen so irgendwie durchfräsen. Oh, schön. Ich verteile wirklich. Ich nehme den letzten. Ich glaube, wir verlieren. Komm, bring gleich da, bring gleich da. Hier, pass auf, da steht irgendwas. Okay. Okay. Halt drauf. Die könnten die Hüte gebrauchen. Nein, 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 nein. Scheiße. Haben wir noch einen? Das war doch jetzt oder nicht? Nee, drei, drei. Noch einer, der sagt, es ist gewesen, wenn... Ach doch. Okay, ich bin mein letzter Cubic, probier den irgendwie ein bisschen. Okay. Okay, weiter. Da kommt er. Oh, Mist. Wir hätten mal einen Spawnpoint setzen müssen. Sei schnell hin. Fuck, ich brauche Leben, ich brauche irgendwie Leben, ich brauche irgendwie Leben. Das ist ein Boneyard. Fuck. Ganz allein hast du übrigens getötet. Never surrender. Never surrender. Affirmative action. I hate water. I hate water. Macht ihm das was aus? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Der ganze Abend rostet ja bestimmt. Oh, Miriam, du musst mich für mich mal einem auf die Knie geben, bitte. Bitte rostet. Auf was soll ich geben? Auf die Knie. Du sollst ja was. Wieso sind die denn... Okay, getötet. Oh, das ist schwierig. Oh, Mist. Ich war echt zu dumm. Wollte mich gerade durchkillen. Oh, wie komme ich denn... Scheiß, Alter. Okay, hab'n. Reboot complete. Reboot complete. Och, leck mich doch am Arsch. Seid ihr da jetzt mit Angriff verblieben? Ja, wir wollten angreifen und sind tot, ne? Das ist so der aktuelle Plan. So läuft's aktuell. Wo ist im Moment der Stand der Dinge? So, der Jack hat von. Hab' ihn. Jack? Hier. Ich bin, äh... Ach, das war... Okay. Ach, Mist. Ich bin so schlecht mit meiner... Wo muss ich denn? Meine Gatling-Gun. Vielleicht haben wir es ja gleich hinter uns. Wir haben es bestimmt gleich geschafft. Und der Feind sagt, okay, ihr habt verloren. Nix, wir gewinnen. Ach so, okay. Ich hab' dir so eine Mauer gebaut, Alter. Soll ich mal helfen beim Verteidigen? Vielleicht kann ich das besser. Du, äh... Aktuell ist ja noch nichts zu verteidigen. Das ist doch dein Ding, ne? Mauer bauen. Anders kannst du nicht. Ne, doch. Na klar. Du willst du wieder sprengen. Sprengen ist ja gut, also, ja. Ach, fuck you, Mann, du. Himmel. Verwirrung. Ich brauch', ich brauch' Freizeit. Bin zu lange am Stück schwer am Arbeiten hier. Sört mal ein bisschen matschig im Gehirn. Versuch mal, einen Spawnpoint zu setzen. Where is that a drunken monkey? Geil, wenn die hier rückkommen, dann kriegen die einen Schock. Ich bin gegen direkt wieder nach Hause. Ach, guck mal, da sind sie und graben sich drin. Ich seh' sie. Sehr cool hier. Boah, die lecken sich hier einen zu Tode, ey. Weißt du? Oh, Mann. Ich hab' uns übrigens einen Spawnpunkt gesetzt, wenn ihr das seht, beim Gegner in der Basis. Ich hab' keine Munition mehr. Hätten wir mal einen mitgenommen, mit Munitionskissen. Hallo? Habt ihr jetzt gehört, dass ich einen Spawnpunkt gesetzt habe? Ja, ich hab' übrigens hier, äh, leichte Probleme. Nur leicht, nicht toll. Was ist denn los, was ist denn los? Wir sind hier. Oh, ja, ich melde. Max, Max. Oh, fuck. Wir sind dran am, am Dings. Ich werde. Ich werde. Nein. Ja, toll, bringt ja ja nicht meine Ziegel da. Die Ziegel bringen gar nichts, Mann. Du musst irgendwas anderes da rumbauen. Was ist denn mit unserem? Wieso greifen wir an eigentlich aktuell? Ja, ich bin unter der Basis. Ich hab's untergraben. Das ist ja nett von euch. Und ich greife mit Luftschlag an. Guck mal, die haben sich eingegraben, die Wichser. Ich grab's wieder aus. Ja, wir sind gleich. Boah. Wenn ich hier noch zwei Leute hätte, dann würden wir gewinnen. Boah, 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 ein bisschen weiter nach links. Zwei Leute brauch ich, dann würden wir gewinnen. Ah, jetzt ist es zu spät. Was war das denn? Boah, tötet ihr ihn noch? Ich belebe nicht mehr, ich bin tot. Scheiße. Scheiße. Wir haben gerade verloren, Mann. Ich bin direkt am Puve. Ich hab uns einen Spawn-Bug gemacht und bin direkt am Puve. Ja, ist doch egal. Sehr gut. Wir haben verloren, Minjas. Wir haben verloren, endlich. Warst du irgendwie nicht dabei? Hast du nicht mitspielt oder was? Warst du gerade Wein holen und kamst wieder? Oh, sehr gut. Wir haben verloren, wir haben verloren. Ach, Mann. Alter, ey, ist doch scheiße. Ihr Lieben, wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Block & Loot mit der Frücken Crew und ich bin jetzt raus. Tschüss. 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 hehehehe